Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Primal Couch Extinction und ich denke mal hierauf haben wahrscheinlich viele gewartet. Wir spielen den T-Rex. Sehr schön anzusehen, oder? Ein bisschen brüll, ja genau, Raptor springt uns mal ins Maul. Der T-Rex, ah, das ist wirklich einfach noch der Dino schlechthin. Wir können mit ihm, mit Rechtsklick, den Schwanz schwingen, also Leute umhauen und mit der normalen Maustaste können wir natürlich einfach so fressen und wir können natürlich auch die Gegner überrennen, so ist es nicht. Ja, ach so, ah, ich wollte schon sagen, wir können nicht fressen. Ah, ja, wir werden übelst in Mangel genommen. Na, oh, es ist... Oh, happy, happy. Yummy, yummy. Wir kommen hier nicht mehr hoch. Okay, jetzt gehen wir sterben. Ja, oder auch nicht. Der T-Rex, der ist auf jeden Fall sehr gefräßig, wenn man so sieht. Der füllt sein Leben sowas von schnell auf. Und, äh, ihr seht auch, wie viel Leben der an sich hat. Ist auch nicht zu verachten. Ich glaube, da passen wir eh nicht rein als T-Rex. Ja, die versammeln sich auch alle wieder nach da oben, die Menschen. Sollen wir den nicht verübeln? Die würden ja auch alle nur am Leben bleiben. Nur bringt es rein gar nichts für uns. Ah. Okay, mach's gut. Ich geh sterben. Ich bin... Selbst als T-Rex seht ihr, wie schlecht ich als T-Rex bin. Aber, äh, man muss nur sagen, der T-Rex, der lässt es wirklich sehr, sehr... Lässt sich sehr, sehr schwer steuern. Weil er sehr schwerfällig ist. Aber, wenn man... ...wirklich als Mensch gut spielen kann, dann seht ihr, wie schnell man den T-Rex an sich eigentlich auch down bekommen kann. Nur ich bin halt nicht so gut. Wird ich auch wahrscheinlich nie so sein. So, denn, äh... Man, also ich hab's bis jetzt selten geschafft. Es ist jetzt gerade auch das zweite Mal überhaupt, dass ich ein T-Rex spiele. Okay, nicht geschafft, ihn zu fressen. Okay, Pyrrho... Ja, genau. Und er trifft uns aber noch, der Pyrrho. Ach, ja. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ey, ich spiele einfach mal... Okay. Und da bin ich tot. Jawohl. Ein bisschen dehnen. Ein bisschen schlafen gehen. Genau. Was soll denn das? Was soll denn das jetzt, ihr Typen? Das wollte ich doch gar nicht. Okay, geht nicht. Dann ist es jetzt wirklich ein richtig, richtig kurzes Gameplay gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht denn nix. Ihr habt so kleine Eindrücke vom T-Rex bekommen. Mehr ist es eh nicht, außer halt wirklich groß fressen. Bis dahin. Macht's gut. Ich danke. Vielen Dank.